Hallo, hallo, hallo! Hallo, das ist mein Bruder Jean und das ist mein Bruder Paul. Und zusammen sind wir die Belmondos. Wir melden uns heute live aus Paris. Paris. Denn wir sind schon alle sehr gespannt auf das große Spiel heute für unser Österreich. Österreich! Vor noch eine Tor. Richtig. Und wir hoffen alle heute nur das Beste. Und wir haben heute einen speziellen Gast für euch. Er hat kurz gemacht einen Abstecher. Hier er. Und das ist unser... Herbert! Erbert! Hallo, hallo, hallo! Hallo! Erbert, geht es dir gut? Ja, danke schön. Ah, ich muss sagen, Herbert hat mir gesagt, vor Beginn... Moment, wir haben Schwierigkeiten mit dem Mikrofon. Ah, Herbert hat mir gesagt, er genießt, dass er bei uns sein kann. Weil das Reden von dem reinen Paris-Säck und den anderen Klons geht ihm mächtig auf die Eier. Eier? Ja, wir sind alle-Rüge! Ja, wir sind alle-Rüge! Wir sind alle-Rüge! Kommlratzen und den销adım! Ja, wir sind alle-Rüge! Untertitelung des ZDF, 2020